Musik 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 So, da ist er Hier vorne Ja, bin auf dem Weg Musik So, Simon, bist du jetzt mal hier unten? Naja Duuuuh, jetzt haben wir den Arminar Und du willst uns jetzt, wenn ihr... Ja, decken wir mal den Arsch, ne? Weil ich kauf jetzt hier den Helicopter Auf Kommandositz Wer schießt da? Auf wen? Ich hab nicht geschossen. Das müssen die mit dem Lorn Das ist nur ein Sniper, das ist nur ein Sniper die hier schießt Sniper ist Kack, die Hunde uns ganz schnell raus Oh ne, die schießt ganz schnell raus, ok ok dann ist gut so ich kaufe jetzt fährt denn bei uns warum dreht sich der panzer nervsvoll werde beschossen und weißt du von wo? nö von hinter dir wahrscheinlich von hinter dir jetzt geht das schon wieder los ne von hinter dir ja ok ich hab den gekauft den heli ja dann los abheben stellt euch mal bitte vor den fenster an der helikopter des helikopters aber vorsichtig damit wir uns hier ins rote ballern können ja bin unterwegs ja ok jetzt bin ich schon zu spät ja ich muss ja schon zu paradis wechseln boah das ist der sound draußen man ähm wenn du endel drückst dann kannst du so komm jetzt bitte ich würde mir gerne munition ich hab zwei panzer nein oder ey ich hab keinen bob mehr kannst du ich würde mir gerne munition kannst du ich würde mir gerne munition ich hab zwei panzer nein oder ey ich hab keinen bob mehr da hat irgendjemand nen fahrzeug gekauft wir sind dadurch gestorben nein jetzt wirklich ja ja hier ist gar keiner hier ist keiner doch ja guck mal was da steht gerade man die ketten von dem hören sich so scheiße an also wir stehen genau neben dem drack ne das sieht ja scheiß drauf ups weiß aber weiß ja schon wer sterben wird mhm so lange oder ne warte war ein vogel solange nicht wieder bei uns irgendwie was spawnt warte muss kurz wow das ist jetzt seit langem dass wir mal wieder in der luft sind was machst du nico meine waffe ist irgendwie auch weg ah nein die liegt noch im anderen panzer fuck egal der ist weg der panzer der ist kaputt ja wo sind die hingefahren der reiche hat nämlich da reingedroppt weil ich äh ja ja meine leiche war noch 80.000 ne wenn die noch haben ey leute scheiße einfach mal auf das geld man deswegen wir haben das geld so schnell wieder zusammen lol auf was stehe ich denn hier ey nein ach ein stein alter ich muss mal wissen ob ich wirklich mitnehmen kann nein hör auf so ne scheiße wir wollen das jetzt nicht ausprobieren nein wollen wir auch nicht nein nein wollen wir auch nicht der panzer hässlich langsam ey der t100 war cooler mhm der hat aber eine krasse bewaffnung du machst da mit einem anderen panzer one hit alter das geht kannst du mit dem aber nicht fahren ja du sollst ja auch nicht über jeden stein rüberfahren ne wir sind ja nicht auf dem stein dann kommt gleich einen neuen so jetzt haben wir den also freu ich nicht rum doch nein hast du ihn getötet was nein bei der ganz unten steht Frederick was injured ich weiß ich hab einfach nur auf so einen Ifrid geschossen keine ahnung keine ahnung wenn er da nur injured steht dann hat er sich selbst getötet wer hat geschossen die schießen auf uns die ganze küste entlang wer schießt hier was wurden grad die ganze küste entgeschossen so da ist ein boot direkt überm wasser ach das ist sunken äh sunken treasure nico guckst du mal ja alles gut links von uns ist ein geländewagen circa 400 meter entfernt ok aussteigen jetzt machen wir hin und jetzt ist hier noch 30 millionen weitere einkäufe open store rifles ich hätte gern meine wir fliegen einfach einmal um die insel und dann wenn ihr was ist sagt einfach was hatte ich ne mx was hatte ich ne mx ah was hatte ich denn mxc mach hol dir einfach irgendwas wir hier wieder weg ich finde so lange schnell flieg mal flieg mal flieg mal weiter nach links 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 ja jetzt geradeaus so und da vorne auf der map sehe ich jedenfalls da ist irgendwie ein frackboxer und ein geländewagen fahr 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 flieg meine ich ist doch egal so warte jetzt geh ich mal kurz rein wo denn jetzt schon da rein da schießt was schießt denn da ein bewaffneter offroader schießt auf uns ne ein boot simon einmal drehen das holen wir uns was habe ich jetzt hier noch der hat ne minigun alter den fick ich jetzt so weg mit meinen scheiß ag raketen da nico nico mach hinten los dass sie ja alle keinen titan haben warte kurz ahhhh ich dreh durch ha ich muss aus frederik bye bye frederik noch ein boot noch ein boot wo? direkt am hafen fahr 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 flieg 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 weiter schneller geradeaus komm nicht runter ja ich glaube aber wir beide haben die kit nico was machst du da so lange? ich will mir eine neue waffe ja eine waffe wollst du hier holen? nein eine neue abwehr rakete den holen wir uns jetzt auch ja klauen wir uns der steht direkt am hafen vorne ja was ist das? was habe ich? was habe ich? äh äh titan mp-rl werfer mp-r-l werfer mp-r-l werfer titan mp-r-l also wir gehen durch ja tut mir leid ja ist kein problem ruhig fliegen ruhig fliegen ruhig fliegen ich will eine anti-air haben hier anti-air müsse weiter rechts auf dem feld sind wahrscheinlich auch noch welche ah ok mit raketen mach ich ähm was ist die kills? fährst du denn weg? ich muss die zu laden was war ich denn weg? doch ich habe nur vorhin keine raketen kill zu machen was soll denn das los? ich muss jetzt nämlich erstmal hier anti-air müsse zu einpacken weil ich habe nur eine ich muss noch mal ein bisschen gehen wir was nach hier und was ist denn genult? denk mal 700 da kann man auf 800 soo schönen guten tag ähm ich habe jetzt äh warte was ist das für munition? nein pütze pt welche munition man? bärung 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 bin unterwegs oh da ich krieg nicht mehr du bist zu weit über den doch warte warte reicht hab ich einfach anhalten nach drei millionen minuten ja tut mir leid dass ich so vier abwehrraketen ne mx noch nein ich glaube beim leuchten ist irgendwas ich würde jetzt gerne als fahrer einsteigen da so wo fahren wir hin? wow wir haben schon drei minuten schon ja man alter hast ne enemy outpost unten nico beim leuchtturm diese desings von dem typen alter ähm gehen wir zum leuchtturm enemy outpost? ja der leuchtturm ok hab ich von hier auch schon geschossen von der wiev der steht ja ich warte mal ich muss grad was einstellen ja was ist denn das jetzt genult? alles gut warte ich geh mal wo ist denn der? ja was für uns genau vor uns rechts so ein bisschen der steht hinterm auto ok ich muss pinkeln wo seid ihr gerade? egal ist dein ernst ja ich muss grad ganz dringend pinkeln warte warte bleib stehen bleib stehen bleib stehen ok bleib stehen ich geh hier pinkeln doch Herr online tourist möchte mir zuschauen das werde ich natürlich genehmigen der hat sich glaub ich grad ausgelockt nein ich hab den äh ich hab das fahrzeug zerstört und dadurch ist er explodiert aber ich hab den kill nicht bekommen also ja hm der auch auf sie monat ich kann die weiter untergeben äh hinter mir wird ein flugobjekt angezeigt ja ja ey das das hat mich jetzt grad schon aufgeregt dass ich da bei den gunstore so lange außerhalb stehen musste jetzt stehe ich ganz offen auf dem feld als ein panzer mit mieser zoomfunktion nicht lustig ich bin da warte ich glaube ich hab ihn grad gesehen der fliegt ganz tief da vorne ist er sollte sein lassen wo vorne ich sehn ja direkt überm berg äh kommst du dann auch zum enemy out ja ja ganz ruhig ganz ruhig nein nein bloß boah ich treff den nicht der ist einfach mal zufrieden ja der ist einfach zu klein und zu verdreckt ich hab ja so ne art sniper dann steh ich mich hier oben auf den berg und du hast auch einfach den kommandoscheiß ja aber egal wir gucken mal bei den netz vorbei das ist nein flieg den netz hinterher jetzt krieg ich den wenn das einfach mal vielleicht mal ruhig werden würde kann man auf der haut kommen auch auf nein nein die schranke ist nicht wegen dir sondern einfach mal siehst du die schranke ja du etwas guck mal wo die steht da suchen mich hinter ihnen irgendwie die hat richtig viel sinn war irgendwie nicht ja so ok mxl ähm wanner der fliegt zum ne ne dreh abdreh 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 was meinst du was der macht der will uns weglocken der will uns zu dem dingens locken zu seinem zu seiner base oder so ja den hab ich auch gesehen da steht noch einer war da einer? ja da steht einer direkter weisse ooooooh und links oder rechts alter der Cayman ist richtig wenn der einmal speed verliert du kannst ihn einfach nicht mehr hochziehen das ist das Problem das ist ein richtiger stein kannst einfach nur stehen da ist nico ich brauche uns schon wieder ein helikopter der ist tot der ist tot ja ich sehe ihn der fliegt nach rechts ich habe nur so random reingeschossen ne du hast da einen getötet wow da liegt auch einer schon rechte bossen ja ja hätten wir n blackf nix machen wir uns n blackfoot simon der ist weiter rechts simon ja ja ich weiß aber der ist auch okay machen wir den alleine jetzt nico ja ne wir haben Panzer wir können ja mal gucken was beim Mordbus jetzt bei denen ist nicht viel ja der braucht doch auch nicht mehr kommen weiter nochmal zu euch alter was ist los hier hab wir auf dich ok hier ist der Panzer das ist eine superposition deine Frau? ja bist du ausgestiegen? ich wurde gerade geschossen ich habe gerade geschossen begrüßt mal alle zusammen Herrn Moritz ne auf mich wird geschaffen na der war die ganze Zeit bei mir schon puh jetzt ist er bei mir und du bist und Digga ich dachte du wärst da dann ist es ein anderer chill doch mal dein leid Simon bleib mal auf ja ich dachte du wärst da weil ich da gerade einen gesehen habe ich bin tot ja der liegt auf der anderen Seite vom Berg ja ich bin auch aus dem Grund ich bin auch aus dem Grund aber ich dachte du wärst es ne eben nicht hab ich doch 50.000 mal gesagt ja ja bleib mal ganz ruhig der schießt doch auf uns keine ahnung von wo warte ich glaube unter uns am Stein oder so kann man den Leuchtturm zerstören? weiss ich nicht ne ne kann man nicht so Herr Barth äh äh ja na klar übertrag ich's mit 1080 pixel 1080 pixel melles feuer luke öffnt schütze links links irgendwo links von uns guck mal da die ja das direkt oben beim Leuchtturm oh oh mit laroto am Arsch ja oben ja beweg dich mal nicht so doll ja der holt uns runter mal schnell tot? irgendwas habe ich auf jeden Fall getötet ja frag mich nicht Instrumente sind kaputt ja die schießen aber von überall auch aus der Stadt unter uns ja danke flieg mal höher Simon viel höher viel höher und weiter weg ich kann ja nahe ranzoomen und dann holen wir uns die vom Weiten einfach höher fliegen nur noch die haben grad ne Germanen auf euch los ne Flughafter auf euch los geschossen ne die gingen in ne andere Richtung wenn ne Germanen auf uns geht muss ich irgendwas versuchen das ist ja ein richtig schiefgehen aber einfach höher fliegen ich such einfach mal die Gegend hier ab war mir nicht so hoch Simon und weiter zurück vor allem Was macht ihr denn? weiter zurück ich hätte grad einen killen können vielmehr ich bin auf tausend jetzt gerade einfach nur gerade werden er läuft da unten wo oder nicht an die das tot was du geschossen hast irgendwas schießt der leuchtturm ist weg ja wir haben den leuchtturm kaputt gemacht wo sind jetzt hier irgendwo irgendwo schießt jemand auf uns ja ich seh es nicht keine ahnung von wo ich bin ja gestorben kannst du landen nein nein er ist rausgesprungen soll ich dich abholen nein nein simon mich noch was so aber auf der plattform ist noch mal klar ich bin ich bin zu schnell gelandet wie auch immer ja das hatte ich letztens auch du landest hier mega schnell irgendwie 50 sekunden alles gut noch wir sollten eigentlich alle den medi nehmen war eigentlich wärs praktisch wieso du brauchst einfach nur ein repair kit ja obwohl ingenieur brauchen wir auf jeden fall ja was für ein repair kit das findest du so oft hier also allein neben einem tank vorhin hatte ich fünf repair kits drinnen 30 sekunden habe ich noch ich kann sie auch überall her snacken ich hab money hier liegt einfach money weiß aber nicht an ich hab ruhig gar keins mit jetzt kann die stabilisieren kommt mal her was liegt denn hier eine titan ich glaube hier liegt eine sniper glaube ich oder so ne doch nicht aber ich hab eine sniper Leute könnt ihr mal kurz ja ich soll sie stabilisieren alles gut ach so du hast jetzt auch nichts mit ne so da soll ich ich hab nichts an äh bin völlig leer länger und donner ja soll ich trotzdem nachher kommen ich sehe leider keinen von brauchen wir einfach nur ein medikit ich hab keins hab ich nicht das ist jetzt keiner steve steve hat eins ne ich hab eins ja dann pack einen ja dann nimm von mir ja ich hab eigentlich nicht grad denn geöffnet da ist gar nichts drin mir wurde immer angezeigt steve hat eins ja gut das war voll im angriff grün öffnen nichts drin magazine gegenstände ne ich sehe keinen können wir meine sachen looten nico warte mal hast du geschossen? oder sie flüssig umbringen hier ist doch so ne spawn zone gleich ne grüne ja dann nimm mein geld auf sind 15.000 immerhin ja ok warte ich reparier kurz unseren heli das ist wie es jetzt wechseln mit f ja kanone und mmg mg ja tschüss was sollen wir jetzt machen? wir werden ja sogar die metaanzahl angezeigt ja tschüss nein ich zuhne was sollen wir es machen? na gleich wir weiter fliegen würde ich sagen na wir fliegen weiter jim na wir fliegen weiter jim muss erst den heli reparieren miko können wir meine sachen wiederholen? ja gut ja wohin? 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 naja da wo ich gestorben bin ja ja weil ich hatte halt mega krassen sachen bei mega krasse sachen ja ich habe drei zeiten flug auf den raketen gehabt nico röner ganz kurz achso hab ich hier reingepackt gehabt hier vorher? ja unten da beim vehicle spawnen dingens ne irgendwo unten da ist ein panzer ach da ist ein typ den ihr da töten könnt also nico hier hat da komplette sich drauf den habe ich schon getötet ja da läuft einer am stein da läuft einer am stein warte schieben schieben ffv 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 du musst ganz weit vorfahren ganz weit vorfahren da ist genau der hügel im weg linksste von uns ist der der ist links von uns irgendwo links musste hol den mal jetzt der hat mich schon gesehen ich sehe den nicht mehr schieß doch einfach mal hinter den stein oh oh steve ich hab da ich weiß nicht mehr hinter welchen oh oh steve ich hole dich gleich ab ja schieß mal auf den helikopter bitte hab ich schon brennt schon der da oben simon verfolgt ja ich hab zwei mal getroffen ich hab auch mal getroffen es weg rennt am riegel kommen wir nicht ran simon ja äh fuck der typ schießt auf mich schießt schießt mal auf den typen ihr seht doch die leuchten ihr seht doch die scheiß leuchten munition von wo ja ja dann schieß doch mal einfach mal dahin lass uns doch mal weg ganz ehrlich mal du bist ey wenn wir ihn aus unserer Sicht dich sehen dann können wir doch nicht schießen wir sehen läufig wir sehen überhaupt nichts du kannst einfach mal h.e. munition nehmen wie denn da sind zehn steine du sagst hinter dem stein ja dann schieß einfach mal hinter einen stein die chance steht eins zu zehn ja hab ich gemacht ja und hab ich gemacht und ist er gestorben nein ich seh halt nichts hier sind drei bäume zehn steine warte die geht nicht down ähm simon ich bin jetzt gleich beim ganz doch hol mir da noch einen markiertenwerfer mit flugraketenabwehr ich schieße den helikopter in den irgendwo down ja aber ich markier mir den ganz so mal fest die ganze munition musst du sagen bis du fertig bist naja warte weil ich äh das drehen krieg ich nicht hin ich könnte natürlich selber auf ihn schießen aber kleiner der dreht sich so langsam können wir hochfahren ich würde gerne noch mein anzug grün wird der heli nicht mehr angezeigt okay kannst zum ganz noch fliegen ja aber der was ist der ist weg nico nico äh lol boah boah wo ist der hin moritz ja oder nein ok reicht nein steve du bist nicht du bist schneller down als ich ne ja oder nein moritz oi alter wenn ja nein nimm mich mal mit wenn du mich äh hover hover doch einfach aaaaaaah das sah grad ganz schön knapp aus nico von hinten kommt einer hinter uns ist einer bin drinne ich fahr weg tot ist tot ist tot nice ich hab alles was ich wollte da unten noch ein helikopter so manuell das feuern abbrechen jo kannst du so wir haben jetzt hier ein paar magazine und sowas alles drin und gewehre falls was knapp werden sollte so wo wollen wir denn jetzt hin äh erstmal kurz nen kleinen fu-treff machen joo was streit simon da unten schießt immer noch was ja ja lol lauf so 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 also was ich ja vorschlagen würde boah das ist alles im Norden wahr alles enemy outpost town avaration media money ship Leute lass uns Selfie machen simon versuch uns mal anzuheben kann man dich auch grad fragen nein das geht glaube ich nicht ich glaube man kann versuch uns versuch es einfach versuch uns lass mal aber vorher aussteigen die guckte nein geht nicht nein geht es doch nicht stimmt ihr müsst vorher aussteigen steigt mal kurz auf was aussteigen ach man als optik geht ganz weit weg nee geht nicht flieg einfach mal ein stück weiter runter kannst du dich noch tiefer du kannst noch viel tiefer nein aber das würde jetzt schon gehen ach schade ja rein theoretisch haben wir ja das geld oder na dann towninversation rein theoretisch haben wir doch das geld ja rein theoretisch hätten wir das geld aber guck mal was schießt er auf uns wisse aus der stadt hier da unten steht ein panzer ach nee doch nicht das war ein gebäude ja ich hab ihn achso ok ich sehe noch einen da schieß noch einer ja ich muss weg ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn tot ja instrument ist bei uns im arsch nico der ist tot ok kann ich eigentlich auch ja nur nach zig da hinten fährt noch einer nico was heißt da hinten äh simon fliegt mal höher 45 grad von uns zu sehen ja ich wollte grad reparieren ach scheiß doch mal das sind instrumente das ist genau für euch nichts von euch auf der Straße ja ja warte bleibt mal ganz ruhig tschu der hat ordentlich geschluckt und schluss der hat ne rakete geschluckt oder was der ist ausgestiegen ist tot ja ich hab ihn nice one ok na dann auf gehts vier kilometer äh ne rein theoretisch haben wir doch das geld wir fahren ganz schnell fliegen euren ja aber das dauert fast genauso lange steve lass mich doch mal ausreden du weißt ja gar nicht was ich mache was denn so ihr steigt bei mir also in den helikopter bei uns ein wir fliegen hoch zum camino schießplatz dort geht ihr an den geldautomaten hebt geld ab wir fliegen hoch euch zum vehicestore ihr kauft euch ein panzer ja aber der weg bis dahin ist fast genauso weit wie wenn wir jetzt fahren würden also insgesamt dauert das fast genauso lange wie wenn wir da hinfahren würde ich jetzt sagen ich würde sagen nö helikopter los zu welcher stadt würdet ihr wollen ja camino schießplatz ganz oben rechts camino schießplatz ist um ja okay dann lass machen aber zerstört er doch den panzer ja wie zerstört er äh nein ich hab doch hätten alles gut wir haben hier total viel sachen bei noch könnt ihr doch äh saven dann kriegt ihr geld also naja gut bringt zwar nicht wirklich aber vor dem brl ich so ich darf jetzt noch zwei mal hin und her laufen und dann bin ich bei euch Haha Marktgeräumige Helikopterer Hast du gar nicht, dass Panzerfahrer mit einer Sniper rumlaufen? Äh Was machst du denn jetzt? Achso, du nimmst die Kante. Ja, da sind noch vier Anti Da sind noch ein paar Anti-Air-Raketen drinne Und meine sekundäre Waffe Die sekundäre Waffe macht man ja auch sekundär ins Fahrzeug Nein, die habe ich jetzt gerade rausgenommen, weil ich sonst Platz mehr hätte Siehst du mich gerade an? Dich nicht, ne Nur den Panzer Nur den Panzer, aber nicht kaputt schießen, ich muss noch eine Tour laufen Ich glaube, der Typ glaubt dir gleich den Panzer Welcher? Wir kommen mal, nein, nein Wehe, wehe Nein Nein Alter, fick dich Simon, flieg mal höher Ich hol mir den, keine Angst Ich darf's mir erlauben, ich bin Platz 2 Der ist stehen geblieben, ich bin geblieben, warte, chill Nicht schießen, nicht schießen Wie kann ich reden, wie kann ich reden? Duuute, gib uns den Tank zurück William, gib uns den Tank zurück Es sind nicht Euro Nicht stehlen die Tanks, oder ich schreite dich No joke Ist sein, nein, ist sein Ernst, oder? Ich habe mich jetzt nicht getötet Mach ich auch Ich habe mich getötet Wir sind tot Ja T-M-G-T-Williams T-M-G-T-Williams T-M-G-T-T-T-T-T-T Was braucht